Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Daffes. Und zwar sind wir heute wieder bei Minecraft Hardcore 2. So ob unser Dorf jetzt noch gegen die ganzen bösen Zombies hier verteidigen sollten. Ich wollte die langsam informieren, das wäre ja auch eine Idee. Weil jetzt sterben wir die alle weg und das wäre nicht so gut, dass die alle weg sterben. So, was noch wichtig zu sagen ist, ich habe die Welt jetzt umgestellt. Also, das werde ich euch demonstrieren, ich sehe hier. Ich glaube, ich habe die hier noch gar nicht. Und zwar, ich habe die Welt auf die 1.21 hochgestuft. Also wir haben jetzt die ganzen 1.21 Sachen auch hier in der Welt. Ich weiß nicht, dass ihr Bescheid wisst. So, warte mal, kriegst du. Ein Kürz. So, wollen wir mal was denn zu planen. Wir haben da jetzt einen Golem. Komm. 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 So, jetzt kommt. Ein Brötchen haben wir noch da. Jetzt mal alles da reinschmeißen, was ich jetzt nicht brauch. ich nicht gleich untergehen der höhle das wäre mal wichtig wir rüsten uns jetzt in der folge aus mit eisen so dass wir uns dann auf dem weg machen können in die weit weit entfernte galaxie nicht passen die welt sachen herbekommen ich möchte diese trial chamber und alles ja finden und alles das wäre halt wichtig jetzt hier habe ich natürlich doch keine mit so was so hier haben wir die kohle kohle ist auch wichtig damit wir den kohle 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 besuchen raus an den minecraft g routine gotcon war als natürlich die ich von dem einzig waren Conk das kronk in minecraft ausge Antworten mit 1.000 folgen im 듣en war dann auf die lund Flash zeiten einmal steh- warum ich eigentlich ausestens so das wasser dass wir uns dann mal was craften können aus dem Grund wollte ich mal noch was craften cohen sing mit mir den kohle Song cohen kohle kohle kohle해서 kohle-kohle-kohle-kohle es ginag beneficimal aber egal hallo auch mein scheiß boot da hinten kohle reingedrückt einmal oder reinschmeißen sonst das brauchen wir das woche draußen das nehmen wir mit holz nehmen wir mit schere nehmen wir mit kraft ist dann gleich würde ich dann noch einen das heißt die das die bürste da keine ahnung brauchen wir noch mit uns im bunk rosten und auch nie in ruhe was angeln also das natürlich nicht die dd der da 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 ditz ist ich hab einen stock geangelt Du Stock Macht Spaß So Komm her, Fischi, gib her Fisch, da Ich hab Wasser geangelt Das musst du auch mal schaffen Dass man Wasser angelt So Hm Dann nehm ich mir trotzdem mit So Können wir uns diesen Pinsel da machen Sonst brauch ich nix mit, oder? Hm, Kekse Ich hab immer noch ein paar Kekse mit Vielleicht schmeiß ich sie halt unterwegs raus Sonst? Nee So Let's go Oh, ist kein Äpfel Wir laufen durch die Lange Das ist ein Dorf Dorf, 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 Dorf. Waren wir schon oder war noch nicht? Das ist die Frage da ist hier schon ja wir waren hier schon ganz sicher war eine ganz blöde feier ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben ich kann ja nach heim gehen oder das heißt aber erstmal fahren 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 weit 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 fahren das ist im dschungel dschungeltempel sofort rein so so wo wo hopf haben wir wieder dschungeltempel dschungeltempel sind cool wo hat das und Was ist das? Ich habe das hier ein paar Mal. eigentlich hat es immer so ok mein weder ich habe es ja mittel passaut die Pisten sind nämlich mit in die letzten Konzertionen die sind gut ok aber nun kann ich jetzt Ruhe gewesen so machen weiter was mehr bildern go 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 darf es go go o go also ist endlos lang das sind tagged darin der dap auch komisch aus so rein ich habe ich muss nicht alles verstehen glaube ich oder manche generierungen in minecraft sind auch so wo man sich denkt so muss man das verstehen auch noch muss es nicht immer verstehen die sache mein kopf kann sich jetzt man muss nicht alles hier war eine schatzkarte ist da noch eine schatzkarte oben da ist schon der schatzkarte oben ok erzählen wir die neuen kreaturen dass es im sumpf gibt weiter nach vorne das ist einfach mein kopf dahin weil mein kopf mit seinen chancen übertreiben möchte mit den strukturen kommt so was dabei raus bleibt man das noch irgendwas verdammten worf reingebuggt was man schon erspielen kann außer vielen monstern nicht viel wird sagen das war's mit der heutigen folge ist aber nächstes mal wieder tschau leute bis dann tschau tschau